Am Freitagabend musste Iris Klein, Promi Big Brother, verlassen. In der Late-Night-Show kam es zu einer großen Enthüllung. Vor ihrem Einzug in den Promi Big Brother-Container hatte Iris Klein angekündigt, einen Bombe platzen zu wollen. Viele Zuschauer fragte sich bis zu ihrem Auszug, worum es sich handeln könnte. In der Late-Night-Show mit Jochen Bendel sorgte Klein für Klarheit. Promi Big Brother – Umarmung von Iris Klein und Peter Klein Vor ihrem Abschied gab es im Promi Big Brother-Container eine innige Umarmung mit noch Ehemann Peter. Es wird alles gut, flüsterte er Iris zu, bevor sie aus der Sat. 1-Show auszog. Ich weiß nicht, was das war, Freudentränen, weil ich endlich weg bin. Vermutete Iris Klein in der Late-Night-Show, augenzwinkernd, und sagte dann ernst. Vielleicht lässt es ihn auch nicht so kalt, vielleicht hat er innerlich auch noch nicht ganz damit abgeschlossen. Allerdings scheint sie versöhnt zu sein. Vielleicht treffen wir uns auf Mallorca, ich werde ihn anrufen. So der TV-Star, der den Trubel um seine Promi Big Brother – Teilnahme nicht verstehen kann. Zwar sagten alle, dass wir das privat klären sollen, aber alle wollen die Antwort wissen. In der Reality-Show pflegten die noch Eheleute am Ende einen gespannten Umgang miteinander. Mittlerweile tut er mir schon leid, sie benutzt ihn nur. So Iris, die nicht verwundert darüber war zu erfahren, dass Yvonne Wölke auch in der Late-Night-Show zu Gast gewesen war. Iris Klein und Peter Klein – Kein Liebeskommeback Ein Liebeskommeback mit Peter könne sie sich allerdings nicht vorstellen. Ich bin glücklich vergeben und will ihn nicht mehr zurück. Würdest du einen Mann wollen, der sich fremdverliebt? Fragte sie Bendel. Einen One-Night-Stand hätte ich ihm verziehen. Das hätte man als Trieb abtun können, so hat er gleich sein Herz verschenkt. Iris Klein lässt sich adoptieren. Jetzt will Iris Klein unbedingt ihren Nachnamen loswerden. Wieder ihren Mädchennamen Kruschwitz wieder anzunehmen, komme allerdings nicht in Frage. Für diesen sei sie in der Schule immer gehänselt worden. So Klein, und auch wegen einer Namensänderung zu heiraten, sei keine Option. Dann ließ Iris Klein die Bombe platzen, die sie lange angekündigt hatte. Ich werde mich von einem Prinzen adoptieren lassen. Demnächst will sie weitere Details verraten. Nur eine Info gibt es vorab. Er ist nicht homophob. Erklärte sie in Anspielung auf einen Kollegen aus dem Reality-TV. Sie next wird mit dem användenden�ten Teil hierherstudium kickflagent. Die Karnecke hat eine öffentliche Variante aus demряд. 끊antes Menschen in denheiativen Frutzen 죄송hamten. So ein Konfeierl ¿Hiererго?